der Klinik das ist ja auch das ist also die die kommen jetzt genauso springen kann wie du wohl kein Frosch hat das ist das es umgekehrt wird verletzt kein Frosch hat ja ohne Frosch uns mit den Bienen schwerer auch hohr kommen das ist so scheiße ich mach das jetzt einfach ich mach das jetzt Fakten du machst den Scheißdreck das mache ich auch aber du musst du siehst ja nichts aber das ist die Klinik so und die die als Melodie und der Zielgruppe das Krokodil nicht gehen nur rückwicht auf Verluste ich auch dafür der Arme Frosch er war ein großer Rückwicht auf Verluste Aachen in natürlich genau direkt vom Ziel nein ich glaube da kommt noch was Prozent weißt du Kevin es ist jetzt einfach und einfach umsozial jetzt musst du sterben nein ich komme es wohl für mich das macht wenn er steht der Katze vom Kopf in die Mitte Koffsen-Läuse ab und dann klatscht Stuttgart hier im Moment ist so ein Lutscher ohne Mist hier hast du mein Level geklaut 5 4 zu mir ist geil das viele Leute nach der Stelle oder das war schwer das haben wir doch schnell gemacht ja aber ich habe es heute noch mal gemacht also ich habe hier heute ein bisschen gespielt und habe ich das auch gemacht ich finde es eigentlich relativ einfach ja aber wenn man nicht weiß wie es geht ja denkst du wie erstmal so scheiße verdammt stepp mal an den Krokodilen ich erst noch meinen Baumgong ich mache auch gleich was zum Fuddern auf das war echt echt dumm von dir erstmal du bist von mir gestorben ich bin weitergekommen weil der Anfang einfach ist ich muss mich konzentrieren lieber noch mal zurück Copyright ich habe die ganzen schon so oft gemacht nicht wirklich so oft jetzt vorsichtig vor wenn ein Krokodil kommt Beifis er hat ihn ein Nächster Krokodile die Scheiße Kopp ist ein Scheiße die Stelle war scheiße ich gespielt habe weil ich also ich habe sie geschafft heute noch etwas schwierigeres es ist so einfach es kommt noch etwas schwierigeres bis hier nein das fand ich einfacher und KJ es geht wenn man weiß wie es geht dann dann geht nach oben und speichern Koppel sich ganz gut hinbekommen Koppel hast du entschieden ich bin nicht gegen eine wichtige Mietmann Spockhoof hat jeder Spiel hat miteinander und dann wünsche ich jetzt immer dass es schafft wenn er das ist ja neu ist und das ist ein Jahr steht Stiftung 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 es ist bergten Mühlstein oder Baden gestern Baden und Tanz Legal Stiftung 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 – es ist damals du파ат von User – es hilft, es gibt wurden – Es gibt zu verdachsen – klar – kasih. Look, ich werde offline sehen. Also das terceira – schluter – ich war drin – Niemann auf den.'s er ist gesprungen wo fremden geklingelt in Karten hat ihn auch schon was mit dem Karten hat mir das schon verkürzt sich doch ja wie muss er ist riskieren hatte ich mal etwas okay es geht nicht ich würde oben rein kommen das jetzt nicht wahr oder ich wollte da oben rein nein da hätten wir einfach machen müssen dann wäre ich bin nämlich dran ich wollte nur aus bnach funktionieren erhört kevin ist total unsozial von dir kommen seit mancher der licht hallo das stimmt jetzt erinnert herrung mögliche ich kann mich mit dem der löser schaffte nur ist ist gut wenn ich die moralisierende worte zu sprechen verkackst nicht nein es ist so sinnlos normalerweise wenn man gegen die fücher läuft hat dynamik in die unterhalte du musst es werfen ich kann dagegen laufen nein das ist kein frosch wieso sind da so viele kisten das ist doch einfach scheiße ok da hat es die ganze Zeit verkackt es ist einfach so ist dann sind die schaffte ich schaffte so endlich bist du jetzt mal gestorben ok ok er hat man das und schaffte ich nein 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 was wie sinnlos Und das dumme ist, wenn du stirbst, dann stirbst du ja nicht, sondern, ja, dann fällt einfach auf den Rücken, dann setzt du dich auf und tritt dich am Kopf. Ich könnte eigentlich weiterlaufen. Ja, aber der ist nicht so faul. Ey, wie sinnlos, diese Scheißschlange, ich bin der auf den Schwanz gesprungen und ich bin gestorben. Tja, ich werde dir das langsende Stein haben. Gut, dass du dich da auskennst. So, wie war das mit den, mit diesen komischen Fetischen, wo wir da geredet haben? Was war das nochmal? Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt hast du den Frosch aufgenommen. Ich wollte drüberspringen. Na, ich werde mir deinen hässlichen Nüssen, du Mist. Fahr das nochmal. Boah. Ey, was? So, ey, das ist scheiße. Scheiße? Das ist einfach nur scheiße. Nein, das istisu. Nein, das ist eh. Nein, das ist ihres fifteen. Zum letzten. Ey, ff-f-fey, ff-fey, ff-fey. hast du vorhin schon gefragt und ja es heißt ach so badmüchtern echt cool dass du den reifen da unten drauf gemacht es ist das so sinnlos der natürlich genau dann aus der rolle er ist es einfach nur scheiße ja ich habe auch noch genau eine banane die letzte banane m so ein scheiß m ja wieso macht er so so geräusche er denn mein keine ahnung was nicht geölt er mag dich nicht such dir was ich weiß gerade wie alt der ist noch gar nicht so alt Glück gehabt nein Pech gehabt ey natürlich bringe ich den reifen hinterher ey wieso scheitern wir gerade an diesem total langweiler level was langweiler stehst an ich habe ich bin ich bin ich bin glaube ich bin wir haben wir Nürnchen ich habe die Pornikant mit er jetzt länger als in dem Loren-Level, oder? geht das noch? das wäre zu riskant das ist jetzt echt scheiße stimmt, du musst ja auf den... ja ja natürlich hat er sich einmal zu viel gerollt Sex-Leben noch musste man als eine denken Donkey Kong was? hast du das gesehen? die Tintek ist es weg was hast du gesagt, Kill? die Tintek ist es verschwunden als ich auf die Schlange gesprungen bin Tja und der Reifen ist weg erkläre die chemische Reaktion Tintek ist es verschwungen ergibt gleich verschwunden ich habe mich abgewählt wie kannst du nur ne Chemie scheiße ne Chemie ist so geil nein doch nein doch geh weg mit deinen hässlichen Nüssen, du hässlicher Scheiß-Rose cool, was man damit alles machen kann, aber das Fach ist scheißen ja echt cool, was man alles machen kann, was man nicht tun nicht du und diese Letzte hat so hart vor wieso? geht doch nein doch ich mach dem Arm gerade nach, ich kratz mich am Kopf das stimmt ja okay ja okay genau na